Willkommen bei sozialen und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es mit dem Thema weiter. Klassenspiele, Lippenfüller. Das Spiel heißt der Hütchenkreis. Für dieses Spiel brauchen Sie leere und gefüllte Plastikflaschen. Leere Plastikmülleimer und Pylonen. Pylonen kann man googeln, was das bedeutet. Die Anzahl richtet sich nach den Schülern und dem Schwierigkeitsgrad. Etwa die Hälfte der Schüler ist ein guter Index. Stellen Sie die Flaschen Mülleimer oder Pylonen innerhalb eines Kreises auf. Sie können dabei die Gegenstände durcheinander anordnen. Die Schüler stellen sich nun in einem Kreis um die Gegenstände herum und fassen gut an den Händen sich quasi an. Sie müssen sich quasi festhalten. Die Gruppe kommt nun in Bewegung, indem die Schüler vorwärts, rückwärts, seitwärts oder rückwärts laufen. Die Kette darf nicht auseinanderbrechen. Die Schüler sollen bei dieser Bewegung keinen Gegenstand umwerfen oder verschieben. Dennoch ist das Lernziel, dass die Schüler genau dies tun werden. Wahrscheinlich. Also es wird immer was umfallen. Material ist dafür leerumgeführte Plastiktaschen, Leere, Plastikmülleimer oder Pylonen. Das war es zum Spiel. Hütschenkreis. Bis dann noch viel Spaß und Tschüss. Bis dann. Bis dann.